Heute, ich wollte mit euch eine Runde COD zocken, also Black Ops 2. Und ja, wir spielen Zombie-Modus. Und eigentlich kommen wir nicht weit, weil eine Schweizer Karte ist arsch. Und deswegen konnte ich nicht so viel aufnehmen, nur 5 Minuten und so. Also will ich nicht ganz so viel quatschen. Ihr könnt ja vorschlagen, was für eine Karte ich noch spielen soll. Zuerst mal spiele ich die erste Karte auf Überleben. Dann mache ich Original, also leicht. Dann fange ich mal bei Hunde 5 an. Hellen Hunde aktiviert. Und ja, Spiel starten. 3, 2, 1, ja. 3, 2, 1, ja. 3, 2, 1, ja. 3, 2, 1, ja. Ja, dann fangen wir mal an zu zocken. 4, 2, ja. Und jetzt fangen wir mal an zu zocken. Aber dann fangen wir mal an zu zocken. 2, ja. 1, ja. 2, ja. 4, ja. 3, ja. 1, ja. 2, ja. 2, ja. 1000 machen wir jetzt mal noch mal lafen. Ist eigentlich auch nicht so gut dabei. Aber scheiße drauf. Ich geh mal zu meinem Camp-Ort. Ich versuche mal eine Granate zu werfen. Alles gebracht. Aber guck mal jetzt die hässlichen Zombies da hinten. Ja, die Folge ist hier schon zwei Minuten lang. Und ja. Ich bin hier irgendwie durch die Arscher. Instagill, Instagill, Instagill. Wenn ich jetzt gestorben wäre, das wäre so peinlich. Nachladen. Nachladen. Peng. 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 Schneider. Schneider. Warte. Schneider. Ja. Da ist ganz so weh. Und wir haben wieder mal so viele Punkte. Oh ja. Die Waffe ist sehr gut. Dann kann man alle töten. Einfach mal alle. Aber obwohl es nur ein Skorpion ist oder keine Ahnung. Also die schießt so wie die Skorpion. Ja. Ich hab eingetroffen. Sieht ihr? Da ist einer meiner Lieblingslaufen von Pistolen. Ja. Da. 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 Du warst da und du da hinten auch. Und du bist auch da. So. Wir nahmen es schon zum Ende von der Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja dann lasst einen Daumen hoch. Und ja dann sage ich mal. Tschö. Mit. Ö. Ja. Ich lass mich kurz nochmal killen. Ja. Ja.